die drei meter die fünf schritte haben mich irgendwie sechs nehmen fast neun aktionspunkte gekostet total schlecht oh nee das geht nicht da ist auch nicht mehr nass unter kühlt gestorben zeit abgelaufen kamen am rache der leere es geht noch weiter ich glaube das wäre vorbei hast du noch wünsche? ja klar natürlich natürlich never fick dich spiel soll ich mal alter das ist doch nicht wahr jetzt sag mal wie viele punkte hatten der ja klar noch wünsche fünf minions gespawnt äh vier minions gespawnt jetzt hoffe ich aber mal dass unsere astat jetzt mal voll was rausrockt jetzt gegen ihn vollmächtig leben ja geil geblendet alter spiel er wird jetzt nicht unfair neun tausend lebenspunkte esser neun tausend neun tausender ja ja dass man kann sich nicht mal einfach auf ihn konzentrieren verabschiedern verschwören ist noch eine abklingzeit warum das hab ich schon lange nicht mehr verwendet eigentlich genügend aktionspunkt das ist das problem bei euch acht fühlen ich hab nicht acht Ja, das wird echt gerade verdammt. Rain ist gelähmt. Wow, sie sägten sogar nur sich. Ja, so klein ist der gar nicht. Der Dach ist echt scheißen groß. Oh, der hat ne Gelande in seinem Körper. Eine Weihnachtskette. Schick sieht der ja aus. Ja, aber... Wenn's mehr ein Pegasus ist als ein Dach. Der Kampf war gerade schon eigentlich heftig genug. Hätte auch mir gewünscht, wenn es eine kurze Phase des... ...dach mich deorganisieren geben würde. Die Toten wiederbeleben. Du bist gleich schon wieder tot. Und tschüss. Alter, greif einfach 20 mal an. Okay, das Spiel ist unlogisch. Bei ihm sind die Schattenwandler keine Beschwörungen mehr. Eben waren sie es noch. Jetzt sind sie es nicht mehr. Okay. Das heißt, er kann sie nicht nachrufen. Das... Er hat ja auch am Anfang gerufen, ne? Also... Ja, aber dann wird das wahrscheinlich ein Spawn sein, wo die rauskamen. Das hatten wir ja schon mal so ein bisschen. Das heißt aber, er kann sie nicht beschwören, geh ich mal von aus. Hoffen wir mal. Hoffen wir mal. Das heißt, ich kann jetzt nur dieses Minion hier einfach mal verprügeln. Mehr kann ich nicht machen. Ja. Dazu sagen. Wiederbeleben kann ich nix. Ich hab noch 12 Runden abklingensweit. Okay. Ach, Mann. Minion holen. Naja, stimmt. Minion holen. Und hoffen, dass das Tarte mal wieder einen belebt. So ein bisschen heilig, die auch in einem Schlag. Und hatte wir unsicher überleben. Ja, gut, aber falsch eingesetzt. Was ist falsch eingesetzt? Wir sehen die Typen nicht mehr, ne? Ja, doch. Der ist schon wieder sichtbar, weil er zugehauen hat. Ach so. Mir ist gerade ein Hirsch durchs Bild geflogen. Hirsch? Ja, in Hirsch. Ne, wo siehst du den Typen denn? Der ist gerade in Richtung der Leere geflogen. Einfach durch mein Bild. Nein, nein, nein. Der Hirsch. Ja, nee, ich bin da auch wieder. Ja, genau. Ja, bei mir auch gerade. Loll. Ne, aber wo siehst du denn den Schattentypen? Den Schattenwandler? Der steht direkt vor Astarte. Ne, das ist Schattenläufer. Loll. Der Schattenwandler ist unsichtbar. Also ich sehe keinen. Wir sehen nur dieses kleine Krieg, dieses kleine Viech vor hier. Der andere ist glaube ich noch. Ja, der ist unsichtbar. Stimmt. Aber er wird sich wohl bemerkbar machen. Irgendwann. Ja, der in Furcht. Das war gut. Der die Tour verbrannt. Der kann aber nicht abbrauchen, weil er ist gelämmt. Gute Kombi. So, Madame et Monsieur. Alle einigermaßen gut geheilt. Alles da noch. Tutti. Madame. Das können wir jetzt nicht gebrauchen. Oh, oh, oh. Oh, Skills bin ich vergessen. Tschüss. Was war das? Das war der neue Skill von mir. Der einem Viech in meiner Umgebung über 1000 Schaden zufügt. Ja. Das war das so. Ja. Ja. Und damit gebe ich ab zurück in Studio. Oder warte mal. Nein. Noch nicht ganz. Jetzt gebe ich ab in Studio. Da ist er. Ja. Trotz mir nicht so lange gewinnen. Okay, er startet tankt zumindest gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Der ist auch bald weg. Ist ja mal ruhig da. Das kämpfen. Ja. Na. Also er kann sie doch wiederholen. Ja, aber neuer, die und wie auch immer. Aber das ist doch. Oh, er hat sein eigenes Windinger killt. Wer wiederholen kann, ist das Wayne. Naja, aber trotzdem. Einem ein weniger wieder. Das. Äh. Die Abklingzeit fängt doch jetzt nicht von vorn an. Bei Jayhand. Welche Abklingzeit? Ne, ich hab nicht genug Aktionspunkte. Achso. Wollt schon sagen. Die Wiederbelebung ist Abklingzeit. Die ist unsichtbar. Ja. Ja, ne, ne. Alter, wer Walter. Das machen wir, das machen wir, das machen wir. Ja. Was drauf habe ich, würde ich sagen. Na ja. Ja. Ich hoffe, darf ich denn meinen tollen Skil lieber. Hm? Ja, ich halte ihn halt. Ja, aber nur ein bisschen. Ich mache den Genugschlag. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Ja, ja, das stimmt. Mist. Haha. Ja. Das ist egal. Das ist nicht so geil. Minions sind diesmal wesens nicht so unfair stark wie die anderen. Ja, das stimmt. Da gehe ich mir zur Spinne, da gehe ich auf den Dicken. Geh auf den Dicken. Geh auf den Dicken. Neun tausend damage runter zu hauen, ey, das wird spaßig. Wo man den einfrieren kann? Hauptschaden. Ist ja auch keine Lebensenergie mehr bei ihm. Ja. Aber wahrscheinlich, weil ich einfach nicht sehen kann. Naja. Hat sie erst nur die Hälfte in die Giro da gehört? Ja, ja. Wahrscheinlich. Wow. Oh. Oh. Das war der Elementar. Jetzt lege ich ihm gleich mal die Hand auf. Da bin ich böse, wenn ich meinst, wie er will, ja. Ja, ne, klar. Darfst du schon wieder? Bei mir ist gerade mal die Hälfte der Zeit rum. Ja, ich darf hier. Ja, krabbel du mal weg, Spinne. Ja. Einmal das Patschehähnchen auf den Dicken. Klopf, klopf. Ob. Er muss die nächste Runde unbedingt regnen lassen. Ja. So. Den werde ich nicht hauen können. Also. Eltrank. Irgendwie sowas. Noch Feuerschaden. Jetzt mal Jane ausgeklopft. Und mir verpasst du. So. So, mein Herr Drache. Jetzt wollen wir doch mal gucken, ob sie den Schaden fressen können. Ich sehe nichts. Oh ja. Kann er. Gut. Gut. Ja, jetzt soll ich auch wieder Energie behalten. Ich auf Jayhan. Sagt ihn das doch vorher. Das blöde ist, jetzt kann ich nicht regnen lassen. Ja. Glaube ich auch. Ja. Wer weiß, was danach kommt. Haha. Spawn noch einer. Mach nix dummes. Das starte. Ja. Mach am besten gar nichts anscheinend. Mach einfach gar nichts. Ja. Ich bin gelähmt. Also der kann alle Elementare, ja. Ja, deswegen haben wir wahrscheinlich auch die Option bekommen, so viele Abwehrtränke zu kaufen. Ja. Wie wir großspurig abgelehnt haben. Recht. Wenn ich es jetzt regnen lasse, ist Jayhan sofort gelähmt. Ist er nicht sowieso gelähmt, wenn er in der Pfütze bleibt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gar nicht. Deswegen brauche ich erstmal Zeugs. Aber das Risiko ist da. Das stimmt. So Astarte, jetzt belebt mal wieder Leute. wieder. Walle, 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 Walle. Ah, Risiko. Ah, klappt doch. Ah. Der ist nass. Eis ist immer gut. Ich habe keinen Effekt gesehen. Das ist zu eingekesselt. Toll. Unsichtbar. Joachim, da geht die Haute gleich zu. Da war es schon. Übungen, solche Sachen sind ganz gut. Das Glätt ist gestorben. Okay. Yes, nice beide. Richtig gut. Ja. er nähert sich das eigentlich hört ihr ja 9000 das war dann mal wieder nichts er spawnt sich was ja genau er hat 800 schaden gerade gemacht ja er ist ein bisschen übel der typ mann 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 das wird ein langer Kampf meine getränkevorräte gehen zu neige damit sind sie zu neige gegangen ich weiß nicht ob das klappt ich weiß nicht was du vor hast wie ein einfrieren aus es hat geklappt es hat geklappt er hat sich nicht eingefroren aber er hat ordentlich schaden gefressen doch was ja und tatsache ein geiler ist jetzt nicht mehr da doch im durch die dieser wohnung nein müssen wir nur gestoppt halten nach gott musste das jetzt sein wir spielen können auch keine freude klar noch mal hier schaden erhöhen warum sind seine beschwörung keine beschwörung irgendwie ist auch was in dem game falsch design also er ist wahrscheinlich zu einfach also bitte den zauber kannst du entfernen aus dem spiel der bringt ja nix so selten wieder zum tragen kommen ja in der letzten match hat er dann schon ein bisschen was ja einmal der typ ist ja hinten außer gefecht und brauchen wir mal ein bisschen schlagkraft sooo sooo das hatte jetzt immer wieder der moment für den guten ruf ja genau jetzt muss ein einzelner mit hatern baut weiter auf ihn hier ein das ist auch nicht verkehrt das war schon gar nicht schlecht erst ohne bitte noch mal kurz mal wieder wiederbeleben liebe astate gegner ist doch völliger sie macht schlimmere sachen das hat sie geheilt weiß nicht was sie gemacht hat nice sooo dann zeig mal was du kannst der baff doch was gebracht aber der ist nicht mehr der ist nicht mehr eingefroren nein da geht es gerade schnell hier kommst du gar nicht hinterher ja weil so vieles nicht darf muss ja jetzt an menin to ton bitte welches menin einfach ich möchte wissen was der drache jetzt machen darf alles so was macht die denn da keine ahnung was das ist was war okay der wurde gelähmt so viel gemacht hat er nicht also fürchten ich nehme zu ruhig zu kenntnis dass er geschlagen wird ich bin auf jeden fall schon mal beim namen angekommen kämpfe im buchstabe für buchstabe ja aber echt dann ist gleich dauernd oder ja hälfte ist er jetzt na astate ist gelähmt ich bin auf bei erst muss schon mal fertig jawohl und schützt es hat mir bei 770 430 schaden eingefroren und wieder drauf noch mal 200 schaden noch alter dann ist gelähmt doch nicht mehr aber die nächste runde machte noch nix also diese runde jetzt stunde wurde dann ist er auch man ich liege auch noch auf dem boden das läuft gerade nicht was ein effekt gewitter alter und nicht mehr heilen so skelett kurz davor zwei leute zu verlieren ja da kann das glätte aber nicht mehr mithelfen das kann höchstens die anderen jungs zu händen abtanken erstmal ja soll doch mal machen da ist ja eine gleiche neu gemacht wird und tschüss da ist der stark ja da ist jane auch fast down und damit ist jane down jo ja wenn jetzt was tatsächlich den supermove rauszieht war es das ich kann wieder beleben wenn ich ihn finde in dem chaos kannst einfach links auf den ja stimmt wohin irgendwo wo der drach ihn vielleicht nicht sofort zum toten wolle ja ja aber ob uns das retten wird ist fraglich ja auf jeden fall kann er gleich erstmal minion holen wenn er so lange lebt und das ist meine heiltränke und ich klinge auch aktionspunkte joa boah astarte ist auch fast tot astarte ist tot haben wir damit verloren ja äh 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 see was äh 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 original sin original sin you guys cannot find the past haha 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 we install existence extra continue haha Tata on computer there is no computer there is no computer there is only the roid game over man no refunds game over no refunds haha haha geil geil there is geil great haha 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 oh god oh there is no refunds haha haha boah ich bin gespannt wie der chat darauf le- er ist ja doch dead rogue haha alter geil ich find's mega sehr geil ja ah er hat grad nochmal den abspann gesehen in der aufnahme mega gut da ist alles die mega die felse durchrasseln geil ja schade im kampf laden ja ne ja das problem ist dass äh ich das heute nicht mehr schaffen werde den kampf zu beenden ah das heißt wir machen das im nächsten stream wir werden im nächsten stream den kampf beenden müssen denn ich hab morgen einen Umzug vor mir und äh wenn wir jetzt weiter laden dann äh werde ich das nicht schaffen leider ah naja gut aber was ein fight ach das ende gerade war also es ist das also ich wow ja ist echt wow echt mega krass also der der fight da müssen wir uns nochmal richtig drauf konzentrieren beim nächsten mal dann ja ähm und äh er startet ja schon nicht gut für uns ne er hat schon nicht gestartet und nicht gut gestartet und dann gab es einen lichtblick und dann mit dann jetzt am ende boah krass äh wir können auch mal die anderen dialogation testen vielleicht gibt es auch ein friedliches ende nein nein äh ist halt die frage wo wir äh ich hab ja einen quicksafe direkt denn der drache spott ja ob wir dann da weitermachen oder den ganzen kampf nochmal also zwischenzeitlich sah es ja gar nicht so verkehrt aus naja schauen wir mal gucken wir beim nächsten mal an dann machen wir beim nächsten mal den Endkampf von divinity und sehen uns das Ende gemeinsam an alles klar jo dann danke fürs zugucken jo schönen Abend noch und alle auf youtube natürlich auch noch jo und bis dann ciao ō